Hi und herzlich willkommen liebe Patreons, heute zu einem Video nur für euch live, also mich live, aus Los Angeles, Kalifornien, als würde ich euch vergessen in der Zwischenzeit. Es geht heute um eine Frage, die mir Inge gestellt hat und zwar erzählt sie hier, ein Bekannter von mir hat einen sehr niedrigen Cholesterinspiegel, aber ihm wurde eine Fettleber diagnostiziert. Auch so ist er alles andere als dich, auch bewegt er sich recht viel, seine Ernährung ist allerdings nicht whole food plant based vegan. Wie kann es zu der oberen Symptomatik kommen und wie kritisch ist das dann deiner Einschätzung nach? Diese Frage wird heute beantwortet, aber vorher kommt noch meine letzte Erinnerung daran, dass ja am Sonntag um 19 Uhr mein Webinar zum Thema Essen als Sucht, wie man esssüchtig wird und wie man es therapieren kann und welches Essen überhaupt süchtig macht stattfindet. Und dafür kann man sich kostenlos anmelden. Link unten drunter und ich sage Ihnen auch jetzt nochmal www.silke-rosenbusch.de slash esssucht slash. So und jetzt kommen wir zu Inges Frage. Alkohol muss genau wie Fruktose über die Leber verstoffwechselt werden und die Leber macht, wenn das Leber-Glykogen voll ist aus dem Alkohol oder der Fruktose, keine Glucose, sondern Fett. Und Fä眉 on 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 Vielen Dank.